so und weiter geht's mit part 4 willkommen zurück so das letzte mal haben wir festgestellt dass die armee jetzt langsam eingetroffen ist schauen wir doch mal so auf uns zu sprechen sind da die jetzt hier schon über ihre geschütze und bomben verteilen habe ich nicht irgendwie das gefühl war nein nein weil mittlerweile habe ich nämlich das gefühl dass die gar nicht so deswegen hier sind uns hier rauszuholen weil die irgendwie geschütztürme aufstellen und die einfach alles niederballern das meine ich die geschütztürme die greifen einfach alles und jeden an daher vermute ich mal mein gott kommt auch gar nicht dazu irgendwas zu sagen ständig von irgendwelchen viechers unterbrochen wird jetzt haben wir wieder irgendwas ausgelöst frage was scheiß feuer alarm verstanden habe ich jetzt nicht verstanden was der typ gesagt hat irgendwas für alle angehörigen des militärs irgendein alarm was ja los schild halten sie uns vom hals nicht so gut wenn wir lang gehen das könnte sich als nützlich erweisen der tat wir machen hier lieber hinter uns die feuerschutztüren zu nicht dass uns doch irgendjemand folgt oder irgendwo ist automatische medizinsysteme aktiviert das weiß ich auch warum hier die halsstation war gut ich gebe zu das war jetzt nicht so intelligent wie ich die bomben da entschärft habe mein gott bei gordon freeman hält das aus und es gibt schlimmeres wir haben es immerhin überlebt ja da haben wir schon den ersten soldaten der uns nicht wohlgesonnen ist muss noch kurz was in den einstellungen nach kontrollieren ja hat alles gepasst können wir weiter machen wie gehabt ist der erste soldat den wir jetzt hier getroffen haben und wie sich gezeigt hat sieht die uns nicht wohlgesonnen schweine gedacht die kommen um uns zu retten und jetzt greifen die uns alle an abc alarm auch gut ja aber wenn sich das militär mit uns anliegt muss es damit klar kommen dass wir zurück schlagen muahahahahahahahahahaha ha 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 gut er hat sogar von allein nachgeladen ok die auf unschuldige wissenschaftler schießen oder was? das ist nicht mit mir meine freunde oh nein 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 wenn der typ nicht die ganze zeit seine waffe anschauen würde könnte man auch dezent besser ziehen wo ist noch munition sollten wir uns nicht so nah an den explosiven fässern aufhalten wo steckt ihr? wo steckt ihr? sind noch welche von euch hier? oder waren das erst alle? oh heilung sehr gut ist auch immer wichtig alles an heilung und so mitzunehmen was man kriegen kann man weiß ja nie wann man das nächste mal wieder was kriegt wir spielen hier jetzt auf dem schwierigkeitsgrad normal da ist eigentlich an heilung und energie für den anzug immer en masse vorhanden also da kommt man im normalfall nicht so leicht in schwierigkeiten ich habe schon wieder den timer vergessen zu aktivieren das muss ich mir noch ein bisschen angewöhnen aber jetzt aber naja dann wäre die folge vielleicht wieder ein bisschen länger Vorteil für euch Nachteil für mich weil ich muss die ganze Schoße dann nämlich hochladen mit meinem super dollen internet das ich hier habe geht das ganze natürlich sehr sehr schnell und sehr sehr geil muss ich schon sagen noch ein paar geschütztürme ich glaube die Waffe ist dafür nicht so geeignet nehmen wir hier kurz hier lang noch eine Fabrik nehmen wir immer die Pistole ja klar mir geht das ganze auch schon viel besser das machen wir immer noch nicht da geht dann nur die Türe zu schauen wir erstmal was es hier noch so gibt hallo es ist aber auch schön dass man hier rumballern kann wie ein bescheuerter und keinen interessiert es allerdings muss ich ganz ehrlich sagen an den ihrer Stelle würde ich auch nicht zu mir laufen na los Gordon Gordon oh Gott ist immer doch jemand zu uns gelaufen das war hier alles oh ja Energie oh ja oh ja mehr Energie kommen wir da noch irgendwie hoch wahrscheinlich zeigen wir es den Schweinen zeigen wir es den Schweinen die auf unschuldige Wissenschaftler schießen sind sie selber schuld da haben sie sich wieder falsch angelegt oh so es war jetzt nicht so rentabel eigentlich hier hoch zu kommen so es war jetzt nicht so rentabel eigentlich hier hoch zu kommen da oben ist ein welcher Weg kommen wir da hin da oben ist ein welcher Weg kommen wir da hin sind die kaputt ok irgendwie irgendwie kommen wir dann scheinbar noch da hoch aber jetzt gehen wir erstmal hier lang das ist das was ich gemeint habe das natürlich vorhin erst noch mal in den anderen Raum weil wenn wir hör doch auf auf die Arme was soll denn das hör auf hier auf meine Mitarbeiter zu schießen ne das geht immer gar nicht hör auf ey während der vom Monster gesnackt wird haben sie ihn abgeschossen oh Vendetta ja komm dich lass ich da hängen selbst schuld so wenn du so dumm bist jetzt soll wieder hier du bist so dumm ich glaube die Kiste doch geht kaputt so er hat uns gute Dienste erwiesen aber jetzt brauchen wir ihn nicht mehr bevor wir uns dann noch unseren anderen Kollegen weg snacken oh wer macht da so komische Geräusche bin ich blind da hat gerade einer komisch gegrunzt das gibt es ja nicht na der Kumpel hängt da oben in der Luft und kriegen wir da aber scheinbar nicht weg lassen wir die mal einen haben wir gerettet den anderen leider nicht aber gut können auch nicht alles von daher wie war das von daher Ah, da hinten kommt einer. Ja, wie dem einen oder anderen vielleicht schon aufgefallen ist, es sollen eigentlich eine Spezialeinheit sein. Jetzt auch in der zensierten Version sind das halt ein Roboter, gegen die wir kämpfen. Aber das ist jetzt eigentlich nicht so störend, finde ich. Da gab es schon schlechtere Zensuren, sage ich. Also da ist es mit den Robotern noch vertretbar, sagen wir es mal so. Aber ich sage mal, mich stört es nicht und ich hoffe, euch stört es auch nicht. Weil ansonsten würdet ihr wahrscheinlich gar nicht bis zu dem Part hier schauen. Von daher gehe ich doch einfach mal davon aus, dass es euch auch nicht stört. Jetzt haben wir schon wieder Energie verloren. Noch mal Aufzug. Die haben es sehr mit Aufzügen in dem Spiel. Auch wenn sie nicht wirklich dazu da sind, die Ladezeiten zu kaschieren. So, da geht schon wieder die Party ab. Was geht hier? Wir sind draußen. Wir haben es an die Oberfläche geschafft. Kommt schon. Oh Gott, es sind hier viele. Jetzt hat man schön gesehen, dass es ein Roboter war. Schnell noch ein bisschen heilen. Bevor wir uns so wieder ins Getümmel stürzen. Da ist schon mal gerade in eine Rakete eingeschlagen, so wie sie das angehört hat. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Na Gott, eine Granate hier reingeworfen. Kommt. Wehrt euch doch nicht so. Ahaha, ausgedrückst. Oh, scheiße. Mist. Ich glaube, das ist ein Elektrozaun. Wir sind ein bisschen zu nah rangekommen. Jetzt sind ja bestimmt wieder alle am Leben, oder? Na gut, mach mit. Stell halt noch mal schnell. Ich bin hier im Granaten hier. Sag mal, das gibt es doch gar nicht. Wieso bin ich jetzt auf einmal so schlecht? Was auch sehr gut ist, das sind Roboter, die bluten. Also könnten wir eigentlich sagen, es sind ganz viele Ironmans. Weil es Menschen sind, die in den Roboterhöhlen stecken. Jetzt verstehen wir uns ganz mal mit der Pistole hin zu bereinigen. Die Kameraden, die da aus weiter weg stehen. Was sagen, wenn die Ecke kommt? Sag mal. Könnt ihr ja noch was anderes außer Granaten werfen? Das ist nicht besonders sportlich. Was ist das denn? Meine Güte. Naja, eigene Leute töten sie wieder nicht. Okay, muss sagen. Die Stelle ist jetzt dann doch recht knackig. Etwas Schiss, wieder von so einer Rakete getroffen zu werden. Ich würde die ja jetzt scheinbar doch recht häufig vom Himmel fallen lassen. Sollen wir schauen, ob wir hier irgendwo reinkommen. Und wir haben es überlebt. Oh Gott. Das scheint richtig gewesen zu sein. Das ist ja toll. Da schafft man es an die Oberfläche. Und dann muss man wieder nach unten flüchten. Ich muss echt sagen, die Stelle hat es gerade ganz schön in sich gehabt. Jetzt werden wahrscheinlich wieder viele sagen, ööööööö... Oh mein Gott. Passiert allen. Das ist ja den Besten. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht so übel, dass ich da gerade ein paar Mal gestorben bin. Ich meine, Scheiße passiert. Oha. Okay, Gott sei Dank immerhin erschlagen uns die Riesen-Trümmer nicht. Ich vermute immer nicht, dass wir da nach oben müssen. Wir gehen mal lieber hier nach unten. Oh. Oh Gott. Oh Gott, ich habe nur noch 3 HP. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hoffentlich schaffen wir das nicht. Hoffentlich kommen... Oh Gott. Ich komme da jetzt nicht irgendein Viech. Sonst sind wir sowas von im Arsch. Wir brauchen dringend Lebensenergie. Okay. Das ist jetzt aber auch nicht viel. Wenn ein Gegner kommt und wir den nicht treffen, sind wir leider einfach tot. Ja. Genau. Das habe ich gemeint. Das wird jetzt ätzend. Wieso hat er die Granate überlebt? Das darf doch nicht wahr sein. Oh Mann. Oh Gott. Da kommen wir da runter. Ohne zu sterben. Das ist egal. Das ist toll. Mal geschaffenes. Typische Regierung. Unter Abregelung verstehen die lediglich alle umzubringen, die mit dem Projekt etwas zu tun haben. Ihrem Schutzanzug nach zu urteilen, würde ich mal sagen, dass sie mit dem Unfall etwas zu tun hatten. Habe ich recht? Hören Sie, wenn hier überhaupt jemand dieser Katastrophe ein Ende bereiten kann, dann ist es das Wissenschaftlerteam im Lambda-Komplex. Der Komplex liegt am anderen Ende der Basis. Allerdings ist das Transitsystem ausgefallen. Ich weiß daher nicht, wie Sie da hinkommen. Aber irgendwo soll hier noch ein altes Schienensystem existieren, das nicht mehr in Benutzung ist. Irgendwo hinter dem Silo-Komplex. Wenn Sie es schaffen, durch das Raketentestlabor zu kommen, könnten Sie vielleicht durch die alten Tunnels schleichen und jemanden vom Lambda-Team auftreiben. Falls überhaupt noch jemand am Leben ist. In Oldenland können Sie vertrauen. Sie können uns allen vertrauen. Viel Glück. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir hier durch müssen, um diese Jungs von dem Lambda-Team zu finden. Jetzt erstmal ein wenig Lebensenergie auffrischen. Jetzt können wir nochmal schauen, ob wir in den Gang nochmal... Oh nein, wir kommen da nicht wieder rein. Na gut, dann ist uns jetzt wahrscheinlich einiges entgangen. Aber wir leben noch. Und die Chancen stehen, denke ich, gar nicht so schlecht, dass wir weiterkommen. Jetzt schon, wie ungewöhnlich. Explosionskrater. Jetzt schnetzeln wir uns dann rund erstmal hier durch. Sprengen wir uns da eben durch. Ja genau, und die Dinger. Der stirbt da auch? Ja. Sehr gut. Oh Gott, ich habe zwischenzeitlich gedacht, ich habe es verkackt, hey. Aber wir haben es Gott sei Dank geschafft, uns noch zu retten. Oh Gott. Diese scheiß Dinge. Ah, echt? Wieso? So, falls mir jemand zwischenzeitlich seine Brechstange verloren hat, damit es hier auch wieder eine neue gibt. Was haben wir denn da? Kann man das aufheben? Nee. Schade. Aber im Raum könnten wir ordentlichen Bums erzeugen. Wo ist das denn? Oh Mann. Ich hasse Leitern. Ich bin echt zu dumm. Zum Leitern benutzen habe ich langsam das Gefühl. Das kann doch nicht wahr sein. So, fahren wir jetzt hin. Ich fahre Aufzug. So, ich habe jetzt einen kurzen Schnitt setzen müssen, weil ich gerade eben... Nachdem der Aufzug hier unten angekommen ist, da im Boden festgepackt bin und da nicht mehr rausgekommen bin. Und ich jetzt das letzte Stück noch mal spielen musste. Deshalb... Jagen wir hier uns erstmal ein paar Dönerhunde. Kommt schon, rennt doch nicht weg. Ich will nämlich doch gar nichts tun. Außer euch abschießen. Meine Güte. Ich bin gerade fast noch nerviger als Headcrabs. Jetzt dürfen wir hier dann scheinbar Zug fahren. Und hätte ich gesagt, beenden wir erstmal den Part für heute hier. Und legen dann mit der rasanten Zugfahrt das nächste Mal weiter. Bis dann. Ciao.